Dieses Video macht mich ständig traurig und wir werden euch jetzt beweisen, dass mit dieser Frau hier etwas nicht stimmt. Aber was sehen wir überhaupt? Eine Frau kommt in ein Restaurant, hat Kuchen und Kerzen dabei und feiert offenbar ihren Geburtstag. Ganz alleine, so vor sich hin. Und dann steht das komplette Restaurant auf und alle klatschen mit. Und wir fanden das Video ein bisschen sass und haben uns gefragt, warum stehen alle Gäste gleichzeitig auf? Und warum hängt eine Überwachungskamera in einem Restaurant? Jedenfalls haben wir uns diese Cola hier mal genauer angeguckt. Die kommt tatsächlich aus Peru. Als wir dann wussten, wo wir suchen müssen, haben wir auch diese Omi gefunden auf peruanischen Stockfotos. Fragt uns nicht, wie wir das rausgefunden haben. Es war ein bisschen wild und unser Praktikant Max hat dafür ein ganzes Wochenende lang Spanisch gelernt. Auf jeden Fall haben wir dann auch das Originalvideo gefunden und zwar auf einem peruanischen Comedykanal. Und das Restaurant ist tatsächlich nur eine Garage. An der Tapete sieht man eindeutig, das ist der gleiche Raum. Der Kanal hat das Video von der Omi also einfach nur gefaked. Gefilmt von einer angeblichen Überwachungskamera. Wenn das jetzt bitte nochmal jemand allen Leuten im Internet sagen könnte, die das Video ständig teilen, denn...